YouTube! Wir sind live auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Dort gerne mal vorbeischauen, wenn ihr auch live mit dabei sein wollt. Wir spielen heute gemeinsam The House of the Dead, das Remake. Ein Spiel, mit dem ich als Kind groß geworden bin, denn wir kennen es nicht. Früher im Urlaub war man an den Automaten und hat House of the Dead gedaddelt oder Metal Slug. Und dieses Spiel ist einfach legendär Kult. Wir werden jetzt eine neue Kampagne starten, das einmal am Stück durchspielen. Und wenn ihr mich supporten wollt, ihr wisst ja, wie es geht, einfach nur eine klitzekleine Bewertung reindrücken. Wir spielen Original und ich würde sagen, let's go! So, Kapitel Nummer 1. Im alten Herrenhaus. Alter, so ein legendärer Klassiker das Spiel, ne? Ich weiß, die meisten Leute können damit gar nichts anfangen. Ja, die meisten werden sagen, äh, voll der Rotz, was soll denn das? Aber ich find's einfach geil. Oh, nein! Ist halt wirklich so ein klassischer Railgun-Shooter. Okay, ich soll alle retten. Was sind das für Leute? Catering-Personal? Nein, irgendwelche Labor-Freaks. Reload! Oh Gott, Reload werden wir so verflucht häufig hören, ne? Ah, da geht mir einfach das Herz auf. Habt ihr so Spiele früher auch gespielt? Oder sagt ihr, nee, Alter, ich bin ja keine 100 Jahre alt, so wie du, Kies. Ich bin groß geworden mit Playstation 5. Ich bin nämlich erst 4. Sophie? Alter, was sind das für Dinger? Höllen-Vampir-Fledermaus-Hunde. Reload! Immer schön reloaden. Rogan! It's you! Ah! No! You see it! I love you! No! Sophie! Sophie! Nein! Nicht meine wunderschöne Sophie! Ja, das Spiel-Story ist natürlich Trash. Das ganze Game ist Trash. Es ist einfach nur so ein kleiner Nostalgie-Ausflug in die gut alte Zeit. Das Spiel kann man auch einmal ein Stück hier durchdudeln, ganz easy. Boah, was ist das denn hier? Angriff der Riesenschlongs. Weg da, Schlong. Alter, da oben war auch noch einer. Es gibt aber dennoch ziemlich viele kleine Secrets und Easter Eggs, die man finden kann. Hau ihn weg, Alter. Hau ihn weg. Und man kann es auch im Koop spielen. Was ich auch ziemlich nice finde. Alter, Michael Jackson. Mr. Buffles? Auch ganz schön blutig, das Spiel. Wow, 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 wow. Ich muss das Personal retten. Dankeschön. Es gibt Drogen als Belohnung. Drogen sind immer gut. Alsher damit. Alter, hau weg den Affen. Yo, sicher trifft er mich noch. Oh, hier, 1000 Cash. Arnold Schwarzenegger? Man kann im Hintergrund so viel wegballern. No! No! Oh, die Lady ist tot. Man kann im Hintergrund so viel wegballern und ich baller auch alles weg. Ey, du kannst ja nicht einfach so um die Ecke kommen und sagen, dankeschön. Dankeschön, Herr Keystraw, dass sie mir nicht ins Gesicht geschossen haben. Oh, die werde ich aber retten. Hier, ganz sicher. Gern geschehen. Oh, danke, voll nett. Oh, da drüben ist noch eine Heilung. Ja! Alter, Kettensägen, Klaus. Onkel Yusuf. Oh mein Gott, der Terminator. Oh nein, noch mehr Affen, Mr. Bubbles. No, Mr. Bubbles, no. Sophie? Erstmal noch Zombies hier wegdudeln. Uff, als ob. Die ist tot. Die ist tot. Der Bonnetz-Schritte hat sie getötet. Alter, gegen meinen Triggerfinger hast du keine Chance, Kollege. Boah, erst mal die Rüstung weggeschält. Alter, wie geil ist das denn, bitte. Wow, 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 wow. Oh Gott, Sophie ist tot. Echt jetzt? Ja, das war die eine, die ich erschossen habe. Es tut mir so unendlich leid. Es tut mir wirklich so unendlich leid. Ich wollte dich nicht erschießen, aber du kamst da einfach so hinterm Billardtisch und Dinge passieren. Dinge passieren. Wir alle wissen, es war ein Unfall, oder? Ihr da draußen wisst doch, es war ein Unfall. Geiler Typ. Der letzte Teil, den ich davon gespielt habe, war auf der Wii. Okay. Was geht da ab? Michael Jackson! Adios, Bro. Alright, alright. Alter. Er hier mit seiner alten Fettwampe. Onkel Yusuf. Oh, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, da machst du ja gar nichts. So schnell, wie der mit seiner Kettensäge an dir dran ist, ne? Das ist schon irgendwelches an Küchenpersonal. Ich will mir jetzt an den Lachs. Die klingen aber saftig. Gott, bist du hässlich. Gern geschehen. Was du im Hintergrund auch alles zerschuten kannst, ne? Aber so ein Spiel, da muss er auch hochkonzentriert sein. Alter, wie die Kettensäge ihn noch selbst aufschlitzt. Oh nein, da hinten war noch irgendein Mr. X. Wie das aussah, alter. Die Leiche, voll auf den Dude gekracht. Gern den Mr. X da hinten noch gekillt. Ah, natürlich trifft er mich. Natürlich werde ich hier nochmal out of nowhere getroffen. Und es regnet Körper. Netter Kick, Bro. Netter Kick. So, Fledermäuse. Easy. Gar kein Problem. Gott, die Obdachlose in der Gegend. Kleingeld. Gib mir doch mal Kleingeld. Kollege, ich habe kein Kleingeld. Ich nix habe in Kleingeld. Hey, da drüben leben noch welche. Oh, da war ja jemand. Nice. Onkel Yusuf, was sagst du dazu, dass da noch jemand war? Ey, früher war das Spiel für die damalige Jugendschutzbehörde der absolute Albtraum, ne? Damals absolutes Skandalspiel. Heute kommt sowas ungeschnitten raus, aber früher sind die wirklich durchgedreht. Danke. Gern geschehen, ne? Die sind durchgedreht. Das war für die damals der, der Overkill. Und das sah damals nicht so gut aus wie wie die Remake-Version. Die sieht ja eigentlich sogar richtig gut aus, finde ich. Yikes. Aber die Schadensmodelle sind schon echt richtig schön knackig. Die kannst du ja richtig schön zerwursten, die Gifte. Ich weiß noch, ich hab irgendwann mal einen Teil gespielt, da musstest du Wörter eingeben. Englisch Unterricht trifft auf Killerspiel. War aber ziemlich cool. Wow, ich hab die beinahe wieder erschossen. Die ist mir genau reingerannt. Die alte Trulla. Ja, dann werde ich sie retten. Die Leute da oben. Ich bin ja ein guter. Mehr oder weniger. Ich hab nur eine Frau erschossen, okay? Und immer wieder wird mir das angekreidet. die gehen nicht auf mein Konto. Alles klar, er hat Fledermäuse. Ich spucke auf deine Fledermäuse, du's. Ich mein, Ultra-Hardcore-Extrem-Trigger-Finger hast du keine Chance, brother. Brother from another mother. Hälfte schon weg. Der Sack kann mir gar nichts. Nachladen und schießen mache ich in einem Durchgang. Ist der Trick. Vogelmann. Mehr Vogel als Mann. Boah, fies. Alter, fies. Er macht hier seine Birdman-Moves. Lapp ich den? Ja. Er ist fast tot. Er hat nicht mehr wirklich viel. Ja, nice. Und hier nochmal hinterher gestückelt. Plump. Rest in Peace, Mother F. Und komm nie wieder zurück. Okay, bis jetzt läuft's doch ganz gut. Also, nur die eine Frau hier ist gestorben. Sonst geht es allen solide. Kann man da eigentlich irgendwelche Upgrades holen? Ich glaub nicht. Mann, früher hab ich da mein ganzes Kleingeld reingesteckt. Ich weiß noch, damals, egal ob Italien, Griechenland, Spanien, immer, wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war, waren dort so kleine Supermärkte. Direkt in der Hotelanlage. Kabusch. Und in diesen Supermärkten gab es immer ein, zwei Automaten. Und meistens war es Metal Slug. Oder eben House of the Dead. Ja, Mist, ist zu. Hätte man das irgendwie aufmachen können, gab's da einen alternativen Weg. Und ich war damals ziemlich gut in Metal Slug. Und dementsprechend, ach nee, jetzt hab ich die Karte, jetzt macht er das Ding so oder so aus. Und damals waren halt auch richtig viele Kids um einem rumgestanden. Wir hatten ja nur Gameboys. Ja, ist ja nicht wie heute. Heute kommen die Kinder mit ihren iPhones, Tablets, Switch und haben quasi ein ganzes mobiles Wohnzimmer. Damals, da hattest du, wenn überhaupt, die Gameboy. Das war auch keine Selbstverständlichkeit, dass du ein Gameboy hattest. Dann hab ich da immer gespielt, die anderen Kids haben zugeguckt. und es war wirklich damals eine richtige Herausforderung, Metal Slug an einem Automaten durchzuspielen. Die waren ja nie lang, die Spiele. Die gingen vielleicht, keine Ahnung, 40 Minuten oder so. Maximal eineinhalb Stunden. Und da haben die Kids mir immer dann die Münzen gegeben, damit ich weiterspiele. Also auch schon damals im Urlaub als kleiner Bub ein richtiger Zocker. Weil hier in Deutschland haben wir überhaupt gar keine Automatenkultur, finde ich. Also was so Dattelautomaten angeht, gar nichts. Im Vergleich zu anderen Ländern, ich mein Japan, natürlich, klar, die sind richtig krass mit ihren Pachinko-Hallen und Sega macht ja da auch noch einen Haufen Cash. Sega, Atari, Konami. Die holen ja einen Haufen Umsatz rein, nur durch ihre ganzen Automaten und Titel, die extra für die Automaten entwickelt wurde. Aber hier in Deutschland war das Tote Hose. Was war das? Hier in Deutschland war das wirklich Tote Hose. Andere Länder war da mehr los, Spanien oder so. Aber das war ja auch bei uns alles irgendwie Jugendschutz. Ja, so ein Spiel wie House of Death Index. Zack, Metal Slug. Da gab's Hitler. Ging gar nicht. Kleine, blonde Soldaten schießen auf irgendwelche Nazi-Verschnitte. Da muss der Jugendschutz natürlich sofort greifen. Könnte ja noch jemand keine Ahnung was werden. Ich meine, ihr könnt ja sehen, was aus mir geworden ist. Ich bin absoluter Psychopath geworden. Wahrscheinlich, weil ich im Urlaub damals an spanischen Automaten mit meinen letzten Pesos Metal Slug gedaddelt habe. Wahrscheinlich bin ich deswegen heutzutage so ein geisteskranker Irrer. Dankeschön. Eine Heilung wäre aber netter gewesen. Wird nämlich langsam tight in meiner Hose. Meine Hose wird langsam ganz schön tight. Alter, was war denn das hier für einer? Mr. Freeze? Ich habe mich Kristalle geworfen. Stirb! Ich finde es so geil, wie man die zerlegen kann. Ah, die schießen mit irgendwelchen Kristallen die Dudes. Reload! Yikes! Noch irgendjemand hier? Alter, ich bin eine Maschine, ne? Triggerfinger aus der Hölle! Baby! Da macht nix! Schön, wie die Suppe läuft. Richtig schön. YouTube liebt sowas. YouTube sagt, Mann, das finde ich geil. Ja, Kies, mehr Gewalt, mehr Blut! Herpes, herpes, Typ 6803. Herpes Typ 6803. Ohne Herpes. Alter, alter hat die alte Hühlenspinne aufs Maul bekommen, ne? Ich glaube, die, die gibt direkt auf. Die ist weg. Keine Chance, das Drecks 4. Guck mal, die erste Hälfte des Lebensbalken saugst du der Truller so easy aus der Hose raus und dann macht der einen auf robuste Wackerbundu Deluxe. Okay, sie will noch einmal hier ihre Bällchen verteilen. Reload! 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 Wie oft willst du Reload hören? Sehr oft. Sehr, sehr oft. Okay, bis jetzt läuft's. Bis jetzt läuft's wirklich verdammt cremig, knackig, ja. Immer noch die eine Frau, die meiner Meinung nach es selbst verschuldet hat, ist bis jetzt nur gestorben, sonst geht's allen gut. Sie war selbst dran schuld. Sie ist genau reingesprungen. Chat, bitte. Frauenmörder. Weißt du, da schießt du eine nieder. Was ist mit all denen, die ich gerettet habe? Die sind alle vergessen. So ist die Gesellschaft. Immer nur das Negative sehen. Au! Mann, die Zombie-Forschung ist aber ganz schön am eskalieren. Au! Prinz Schnullerbacke! Und, äh, wegen mich das auch gar keine Chance. Was? Jetzt pack den Latexanzug weg und geh nach Hause. Alter, das ist so geil, dem das Fleisch da runter zu schufen. Die alten Fett-Maden. Oh, ne. Das ist jetzt nochmal hier so ein Very Best of alles. Attack! Ach, Mann, damals war alles noch so cool. Damals war auch irgendwie alles noch so, ich weiß nicht, nicht so catchy. Das ist eigentlich so catchy. Damals war alles so verflucht. Catchy. Reload, reload, reload. Oh, ich werde sowas von Leben verlieren. Ab in den Fluss mit dir. Die Musik ist auch so geil, ne? Das Ganze ist so, ich weiß nicht, es hat irgendwie seinen Charme. Oh, fies, alter, fies. Okay, ich schmeiß nochmal hier einen Dollar rein. Schon verrückt, als ein Leben in einem Videospiel noch Geld gekostet hat. Kann man das Ding da hinten irgendwie aufschuten? Boah, am letzten Level halten wir nochmal so viel aus und haben so viele unfaire, fiese Stellen. Adios, Brasinski. Brasinski. There's no way out, Chirion. I must admit, I really respect your consistency. But you will never, ever defeat me. Say hello to my Masterpiece. Who are you? Nobody gives me instructions. I shall destroy everything. What happened? Why don't you follow my instructions? Hey, wenn du eine Orgel hörst, weißt du, es eskaliert. Wenn im Hintergrund die Orgel gespielt wird, dann wird's ernst. So, Knilch, Typ 0. Oh, der ist nochmal richtig unangenehm. Ja, der ist nochmal richtig unangenehm und frisst auch jetzt hier eine halbe Stunde Mund hin. Mama, ich brauch Kleingeld. Nein, Mama, ich bin kurz vorm Endboss. Da kann man nicht speichern. Ich muss sie noch besiegen. Ist auch noch so geil, ne? Peace, Joe, Essen. Ich kann jetzt aber nicht. Es gibt Essen. Macht das Ding aus. Aber nur noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Nur noch bis zum nächsten Speicherpunkt, Mama. jetzt macht der hier richtig Action. Papa, 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 Reload. Der hat aber auch viel Leben, der tut. Reload. 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 Warum stirbst du nicht? Ich muss essen. Es gibt Spaghetti. Es gibt Nudlis mit Tomatensauce. Ich muss essen, Kumpel. Also bitte fahr doch einfach zur Hölle. Was auch richtig mies ist. Du bist an der Stelle, ne? Schwitzt dir den Poppes wund und dann hast du kein Geld mehr. Und keiner will dir irgendwas leihen. Das ist richtiger Horror. So Stellen hatte ich auch schon in meinem Leben, dass ich richtig weit war, mich richtig abgefeiert habe, endlich was Neues gesehen, endlich weitergekommen als Spielautomaten. Die waren halt noch nicht so geil wie Maus und Tastatur oder Xbox Controller. Die waren total clunky und clumsy. Und dann kamst du endlich weiter und dann ging dir das Drecks Geld aus. Und irgendwann hat sich dann der verdammte Automat, weil da war ja dann immer so ein Countdown, ne? Die waren ja damals nicht blöd. Die waren ja damals nicht blöd. Die wussten, wenn du nicht innerhalb Sekunden oder vielleicht sogar bei einigen waren es 30, wenn du bis dahin nicht ein bisschen Geld reinschiebst, dann bist du wieder bei 0. Weitergeben den Spielstand, das ging da nicht, bis du da jemanden geholt hast, irgendwo aus der anderen Ecke des Zimmers. Da war der Countdown schon runtergelaufen. Ah, die waren richtig clever damals, um dir das Geld aus der Hose zu ziehen. Ich finde es eh so affig, weißt du, bei uns in Deutschland gibt es Jugendschutz bei so einem Spiel wie hier, aber du kannst quasi dein ganzes Geld beim Glücksspielen in Automaten hauen und dem ist so scheißegal. Da sagt der Staat, ja, juckt nicht. Aber dann, keine Ahnung, 4 Mark in einem Zombiespiel verdudeln, da muss der Jugendschutz ran, das ist zu heftig. Spielsucht entwickeln ist eine Sache, aber Zombies virtuellen grünen Schleim aus dem Gesicht zu schießen, jetzt wird es aber mal auf hier, ne? Jetzt aber mal gut hier. Das können wir der deutschen Jugend einfach nicht zumuten. nicht nicht sehen nichts kann. Alles ist vorbei. Ich habe nichts mehr zu verlieren, aber es muss weitergehen. Dramatisch! Das war's. War nur okay. Mehr aber auch nicht. Einfach nur okay. K-E-Y-S-J-O-R-E. Das ist mein Name. Juhei. Nein. Woher kommt das I? Woher kommt das I? So. Bestätigen. Yay! Kies Jure. Bester Mann. So, das war ein Einblick in die Vergangenheit. The House of the Dead. Ein Spiel, das damals Eltern zum Empören gebracht hat. Wie kann man nur sowas spielen? Ist ja widerlich. Dann hatte man noch Knachen in der Hand. Es war ja ein Railgun-Shooter. Es gab natürlich auch eine Version, wo man damals mit Stick und Tastatur gespielt hat. Also Knöpfen war ja keine richtige Tastatur. Kann ich mich auch erinnern. Ich war bei irgendeinem Automaten mal. Da hat man es nur mit dem Knüppel gespielt. Aber man hat das eigentlich traditionell natürlich mit einer Knache in der Hand gespielt. Und da waren Eltern damals in den 90ern, die waren da echt schockiert. Die haben gesagt, Alter, das geht ja gar nicht. Da lernen die Kinder es. Wie man später Menschen eliminiert. Ja, wenn man so rückblickend drüber nachdenkt, eigentlich alles sehr, sehr lächerlich. Auch was so Jugendschutz angeht. Wie gesagt, in jedem Kiosk damals, Pizzeria, auch bei uns im Dorf, stand so ein Spielautomat, wo man echtes Geld rein sippen konnte. Da saßen dann immer die Typen, die immer aus irgendeinem Grund einen dicken, fetten Anorak getragen haben. Oder so eine Daunenjacke. Saßen dann davor. Aschenbecher nebendran. Schales Bier im Glas. Immer mal wieder kurz gesippt. An der Zigarette dauernd gezogen und nur gedrückt, gedrückt, gedrückt. Das ist wirklich problematisch. Aber doch kein Metal Slug und House of a Dead. Na gut. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Ach Moment, wir können doch was machen. Weil die Monster sind schon alle sehr, sehr cool designt. Das will ich euch noch ganz kurz zeigen. Ja, es ist halt auch ein super kurzes Spiel, weil es ist ja auch ein Remake von einem Automaten-Klassiker. Und die gingen natürlich nicht lange. Also in meiner Erinnerung gingen die ewig. Weil es a, bockschwer war. Weil das alles nicht so präzise war wie heute. Und b, oh ich habe irgendeinen Gegner nicht erwischt. Ja, hier kann man nochmal die Gegner sehen. Und b, man natürlich damals mit dem Geld und so. Und man hat dann da irgendwie eine Mark reingesteckt. Hatte zwei Leben. Und wenn die weg waren, dann hat die Mutti einem auch nichts mehr gegeben. Dementsprechend, ne. Hat man dann eine sehr andere Erinnerung an die Länge dieser Spiele. Aber die waren natürlich alle super kurz. Auch so ein Metal Slug. Ich glaube, ich habe ja auch eins auf dem Kanal mit Beta-God. Das ist alles super kurz. Ja, hier sehen wir nochmal die Herpes-Spinne. Sieht aber schon cool aus, finde ich. Also auch hier im Remake haben sie schon cool hinbekommen. So ein Biker. Ich finde die hier nice. Die finde ich irgendwie nice. Die sehen cool aus. Ey der G-Man aus Half-Life, oder? wer ist das? Bob Ross? Ah, guck mal, die haben sogar Bob Ross. Oh, die kommt sogar unter dem Sofa raus. Das ist ja cool gemacht. Süß. Killeraffen. Also wie gesagt, Gegner-Design finde ich schon ziemlich geil. Onkel Yusuf. Diese Kreatur greift mit Lasermessern an. Er ähnelt Drake. Er ist flink wie ein Ninja. Seinen Lasermessern kann man kaum ausweichen. Du musst ihn unbedingt schnell ausschalten. Ah, hier ist Drake. Das ist also Drake. Und wer ist dann das? Ruben. Ruben. Eine schlangenähnliche Kreatur, die sich über den Boden windet. Okay. So, das war's. Das war's mit House of the Dead. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Eure Meinung zu solchen Spielen gerne in die Kommentare. Schaut auf Twitch vorbei. Wir werden kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschau! Tschau! Vielen Dank.